Hallo und herzlich willkommen bei NextGamesRP. Wir spielen heute Call of Duty Ghosts, der zweite Part von der Kampagne und es geht auch schon los. Viel Spaß. Natürlich. Hier ducken. Kann ich das jetzt selber aufmachen oder? Okay, ich muss warten. Der Typ muss aufmachen. Ich kann das... Hash. Ich muss das aufmachen. So, danke. So, da lang. Da hoch. Ah, shit. Hat nicht geklappt. Hätte er sehen können. Los, come on. Come on. Bisschen schneller. Okay. Okay. Okay, die Tür kann ich auch nicht aufmachen. Ich muss warten auf jeden Fall. Mann. Ja, come on. Los, bei dich. Okay, so. Okay, so. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Mann. Los, da hol dich. Ich will nicht schon wieder tot sein. Ah, scheiße. Okay, Kopfschuss habe ich. Okay, Kopfschuss habe ich. Das andere. Habe ich. Okay. Sehr schön. Okay, waren alle. Und der Hund steht einfach da rum. Oh, Mann. Äh, was ist das? Äh, nee. Los, weiter. Los. Nachladen. Los. Weiß ich. Ja, 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 nee. Ist klar. Na toll, alle gekillt. Mann. Ich wollte die retten. Äh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Warte mal, ist da irgendjemand? Nein, da ist sie. Die stehen da einfach rum. Mann, was ist das? Okay, hier war nix. Da war auch nix. Was? Nein. Okay, weiter geht's. So, da rein. Oh, shit. Oh, das tut jetzt. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht von denen gekehlt werde. Ah, shit. Mann. Was schießt denn da? Ach, der. Der schießt. Also, nachladen. Los, komm mal. Ich brauche ein Snipergewehr. Hat der ein Snipergewehr dabei? Nee, der hat keins dabei. Liegt hier irgendwo eins? Ah, okay. Ja, sehr schön. Yeah. Gut. Ich muss auf jeden Fall nachladen. Mann, immer dieses Nachladen. Hab' ich. Alter. Der geschossen. Ich hab' fast gekillt. Geht er's weg. Der ist weg. Der auch. Der auch. Der. Der. Okay, losgucken. Ah, shit. Der ist da vorne gelaufen. Du stehn. Okay, den habe ich. Sehr schön. Lauf weiter los. Auf jeden Fall. So, nächste. Okay. So, weiter. Ich muss mich noch treffen. Ach, Mann. Weil ich muss mich noch treffen. Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Ah, shit. Deckung. Deckung. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Durch das Auto. Habe ich. Habe ich. Weiß ich nicht, ob ich habe. Keine Ahnung. Habe ich. Sehr schön. Okay, das ist meiner. Wie, das waren jetzt alle, oder was? Geh doch rüber, danke. Ach, scheiße. Okay, hat doch funktioniert. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Ah, fuck. Los, laden nach. Wo ist der, wo ist der? Der steht irgendwo da, unglaublich. Los, laden nach. Los, komm. Ah, da. Ah, fuck. Sorry. Ja, nee. Toll. Mann. Okay, ich bin da. Ja, komm gleich. Ich lad das mal nach. Ah, shit, hat nicht funktioniert. Mann, wieso liege ich auf dem Boden, Alter? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Aber gut, es ist... Warte mal, kann ich mich irgendwo verstecken? Ich glaube, bringt nichts, wenn ich mich da jetzt verkrieche. Aber ich sehe nichts. Wo ist der, wo ist der? Alter, Mann, das nervt doch, Mann. Ja, weiß ich. Ich muss irgendwo hingehen, wo er mich nicht treffen kann. Okay, wo ist der, wo ist der? Okay, der musste da sein. Ich sehe nichts. Ich habe nicht getroffen. Nicht getroffen, Mann. Ja, ja, nee, ist klar. Ja. Ja, jetzt wäre doch eine prima Chance gewesen. Wo ist der? Alter. Los, lad nach. Los, come on. Ja. Mann. Yes, 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 yes. Hat doch endlich geklappt. Sehr schön. Okay, ich muss jetzt hin. Ja, Mann. Danke. Oh, shit. Los, come on. Ich muss jetzt hin. Ich muss jetzt hin. Ja. So, jetzt muss ich da rein. Okay. You boys okay? Always. Walk with me. Dad, they're executing civilians. I know. Their recon teams round up scavengers, drifters, hoping to find a way into the city. It's how they took Dallas practically overnight. So how can we help? Dad. Listen, you boys, you're the only thing I've got left in this world. Dad, listen. But you're also the only ones I can trust. Hey, look, whatever it is, Logan and I, we're ready. You two are going to no man's land. Wait, for real? We've been on the defensive for far too long. Well, so I'm sending you outside the wall. You'll link up with the recon team. Gather any intel you can on the enemy and get your asses back here. So where in no man's land are we going? Somewhere you know better than anyone, you're going home. Span of destruction between L.A. and San Diego created when Odin was turned against us. The beaches and surf breaks of my own childhood were now mined and abandoned. Dad told us few men got to operate in no man's land. It was too dangerous, too unpredictable. If he was sending us out there, it must have been important to him. But still, I couldn't help but think this was another one of his tests. A lesson he was trying to teach us. Okay, looks like we're good. Beginning sector scan. Contact. Enemy patrol approaching from the west. Do not engage. Let him get closer. Get ready. Do it. Hä, was wäre da jetzt von mir? Hä? Ach so. Oh shit. Rupen, 20... Ice peel, could be more of them. Stand by. Ja natürlich. Easy Riley.